dann machen wir mal ein kleines fest guten tag hört mal mich da draußen, kannst du mich hören? dann lass mal einen kommentar da so leute, käppchen ist wieder am start wir haben 45, bin in 10 minuten wieder im verzug, aber es geht endlich los, Leute ich hab Bock, ihr habt Bock, genauso bis abend wir bauen heute den legendären körper von allen zusammen oh ja, jetzt müssen wir erstmal wieder nach hause wo ist allen? naja, da waren wir auf der großen allen suche auf die große allen suche haben wir denn alles dabei? ich kann mal gucken sieht so aus wir schauen mal nicht, dass uns wieder irgendwas fehlt ja, das sieht gut aus wir brauchen jetzt die Mülle oder die Mülle, aber ich brauche nur noch die Mülle wir sind schon mal ein bisschen zurück, weil wir sind ein bisschen sehr weit weg ich glaube, dass wir hier irgendwo dann runter müssen, den graben ich glaube, dass wir hier irgendwo dann runter müssen, den graben ist ja so ein bisschen ganz tief ins Teilen ... ... muss noch irgendwo runter nicht nur das Schwimmelbesgebiet Das ist ein bisschen vorne und vorne. Was ist das? Yellow? Sieht irgendwie tief aus. Oh ja, ich glaube hier ist es. Weiter runter. Hier landen. Hier waren ja auch scheiße. Wir müssen da hin. Hier ziehen wir eine Runde weiter runter. Oh, das sieht jetzt gut aus. Oh, das ist irgendwie wichtig. Und? Diese Geysire. National Park. America. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Kristalli Höhle. Ganz ich. Ich muss da. Wirklich? Oh, wow. Obwohl, das ist eine vertrautinere Familie. Weil ich weiß, irgendeiner Spiegel, der sich in der Spie schiebt. Machen wir ja auch schnell. Unser Möckchen ist kaputt. Sie sehen, wir sind da hinten. Wir sind da hinten. Aber sie müssen hier runter. Und wenn du da runtergekommen kannst, Doch, wir müssen ganz tief runter, wir müssen ja in die Ohren, das ist interessant, ja? Ich hoffe, dass ich das einfach bin. Ach, was ist das? Fass! Geht! 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 Ah, super, super! Falsch! Super! Ja? Wir brauchen immer so farrieren, dass ich nicht so viel fahre. Wir brauchen zwei mit dem. Alan, da! Ja, wir bauen Alan. Wir bauen Alan. Ich freue mich darauf. Ich habe einmal glaube ich noch nie gebaut. Aber dafür wurde ich zweimal hier geschlutscht. Aber der Weg zu Alan ist richtig. Das ist wunderbar. Ein Glück habe ich mir das markiert. Ich hätte es nie wieder gefunden. Ein Stuhlzeug. Kleiner Stuhlzeug. Hier runter? Nein. Hier nicht runter. Hier hinten aber. Wie lange ist es denn noch? 700 Beta. Alan ist ganz, ganz deep inside. Ein Schlutscher? Nein. Ist das Schlutschlehnchen jetzt? Aber ich finde hier auch kein Nachbrennermodul oder irgendwelche Bauchräme. Gar nichts. Alles tot hier. Nein. Ah, dieses wunderschöne. Fresno-Gebiet. Ich sag beide. Sehr, sehr geil. Autsch. Alles für dich, Alan. Und jetzt. Oh Gott. Weiter. Und dann könnte man mal mit dem Krebs hin und eine Basis holen. Und ich glaube hier ist auch so der tiefere Punkt. Ich glaube hier verpassen wir gar nicht. Ich habe echt gedacht, dass die Zielgruppe. Das ist aber noch eins. Was soll das? Das ist wirklich ein Taubenzoll. Nein. 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 Oh Gott. Nein. 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 Boah, wie sch... Ich habe Schiss. Ja. Die Buch ist voll. Okay, aber wir haben es. Boah, ich würde die Wache auch mal runtertauchen, aber nur im Stabnautica-Style. So Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist? Like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. So you came here to search for a cure? I leveled the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Oh ja, das haben wir schon mal. Und das haben wir jetzt auch. Und jetzt, Leute. Ganz genau jetzt. Das ist ja mal, bitte. Soon, I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. We have all the necessary components. You reinitiate body fabrication sequence from the tunnel. You still owe me an explanation. I understand. You may be born again, Alan. Aber warum will er mit mir wieder aus meinem Kopf verschwinden? The supply of the bacteria is not bad. Ich dachte, meine Lösung war foolproof. Ich war ein. Du hast den accidente causiert? Ja. Oh. Ich wollte nicht darüber sprechen. Wir können zurückkommen. Oh mein Gott, das ist eine Verlust? Herr Allen? Hallo? Herr Allen? Was hast du gemacht? Ja, ich schaue dein Körper. Forschung! Tit für tat. Du hast meine Meinung probiert. Ich scanne dein Körper. Ich scanne dein Körper. Erbauerkörper. Der vollständige Physikantische Erbauerbehälter ist ein Hybrid aus Bio-Technik. Technologie und Cyberkinetik. Nein, Cyber... Cybernetik. Der Gestaltungselemente aus mehr als 20 DNA-Quellen. Haut. Die äußere Gewebeschutzgeschichte hat eine Konsistenz von Leder. Das Gewebe von Kanälen ist von Kanälen sichtbar leuchtender Energie durchgezogen und von einem Bio-Technologischen Herzen eines Fremden. Okay? Roboterarme. Allen hat sechs... Gelenk... Gelenkarme. Hat sechs Gelenkarme. Ja, ja. Bliedmaßen. Organische Arme. Im Vergleich zum anorganischen Roboterarme als Secundär. Das fände ich super cool, wenn wir das auch hätten, ne? Mobilität. Eine Beine. Die Rufe. Okay. Seek Fluid Intake. Okay, alles klar. Ja, Allen, ich hab Hunger. Ja, wir müssen los. superiority ... Ja, ich wurde ... Perf expectations ... ... einfach, Schlager und in so vielen. Entstanden aus ... Es ist wie ein Geheimnis von einem Traum. Woah. Hey! You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home. To assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive for my network. Oh no. We noticed that a species of Leviathan young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But? It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out. Infecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. But I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Signal location uploaded to PDA. Hey, they have not yet to see the film. Alan, man, you look really loud. I wish you say it's also good. Look at me. Let's be spinned. Let's be spinned. Please. I will join you in the gate base when everything is ready. But for now, I have much to prepare. Okay, can I also become Alan? Done. Was I prepared for him to try? That's very important. Put my DDA. Can I not cure him? What you do? What do you show here? I'm sure you don't get the but oh wait. Der Bauerartifft hat ja Phasentor. Let's go for the Phasentor! Alter, die müssen glaub ich nach oben. Boah ey, ich wünschte ich hätte so ein Buddy wie Alan. Alan hat den besten Buddy. Ich will jetzt wieder geschnutscht, aber mir ist es egal, ich will nicht fliegen wie jeder oben. Toll, jetzt können sie wieder reparieren, du Arsch. Der Bauerartifft hat einen Stab. Eine Target für mich ist ein Stab. Okay, let's go. Oh! Jetzt können sie mal noch mal kurz was reinstehen. Vital Sign Stabilizing. Ich hab mir den Kopf Durchsucht genommen. Wird verstrengt? Das ist gut. Ich bin an der Stelle! Das schaffst. Aber ich bin am Ende! Ich bin großge armor alt! Ja ja! Ich bin vollgebreitend. Und weiter und weiter und weiter und dann stammen. Nein, mein Maul. Ich will gar nichts mehr von dir hören. Ach, vomord. Ich hab halt keinen Hunger, äh, kein Essen. Nein, 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 nein. New creature discovered. Ah, goad. Es ist ein Goad. Ja, 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 ich bin ein Blick, ich bin ein Blick. Vital signs stabilizing. Schnell reparieren. Zwei Libiatane da unten, gehen die auch wirklich hart auf die Lüste, muss ich sagen. Da bist du froh, wenn die Dinger, die man nicht auf den Tag bringt. Ich mein, ich will ja auch nur hier weg. Ja, komm, lass mich schon. Ich hab bloß eine Klappe da unten. Was? Das gibt es nicht. Raus hier. Robin. Verheilung. Mein Glas spreng gleich. Ich wollte verknutzt das ist. Okay. Raus hier. Die wollen uns nicht rauslassen. Hoffentlich geht's hier raus. Dann muss ich erstmal durch die, durch die lila Crystal Höhle, wo auch nochmal einer von diesen Dingern auf mich wartet. Ja geil. Autsch. Ja geil. Autsch. Ich hab keine Ahnung wo's lang geht's. Aber ich hoffe, dass hier irgendwo Ende ist. Ne, hier geht's ja wieder runter. Wir müssen hier. Wo? Das müssen wir. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich hoffe einfach mal. Und jetzt bitte mit der rechten Klappe. Und jetzt muss es ja wieder irgendwo raus gehen. Hier dann vielleicht? Ja, ich bin sehr. Und jetzt muss ich wieder runter gehen. Ja. Soll ich wieder rauf gehen. Dann muss ich wieder rauf gehen. Ja. 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 hier geht es runter, aber das mag ich nicht, runter ist schlecht, hoch ist gut, aber wo geht es hoch? hier jedenfalls nicht, ouch hier geht es natürlich, hier ja, ja, das ist ein Bruder, das ist ein Bruder ich werde seine Schreie nicht vergessen, genauso wie die vom Reaper ich werde sie nie machen ok, wir sind auf 500m schon hier? hier? ja, 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 hier sieht gut aus, hat er schnell einen Fisch mitgenommen ich habe keine Zeit dafür für Essen, ich weiß doch wie das ist halt, komm mal nur zurück hier geht es hoch ach, wir müssen hier irgendwo bei Dings sein bei Tante Gertrud, weißt du? Tante Mark da hier ist Tante Mark da ach komm, als Maul ich bin hier nur raus ich bin gespannt was es da gibt ich bin gespannt was es da gibt einfach ein wunderschönes Spiel, ne? und ich bin froh, dass ich das nochmal spielen durfte es ist einfach ein geiles Game und das ist das, was ich an Subnautica so feiere es ist durchdacht, super Speedcrafting, viel Erkrankung geil was mir hier noch ein bisschen fehlen würde wäre natürlich der Multiplayer mit dem Multiplayer-Modus würde das unfassbar viel Bock machen aber ich glaube, da haben sie gesagt es wird nicht passieren schade ich hätte es gerne mit einem Kollegen gespielt mit Jay oder mit Sage Mode Ahiro sehr gerne vielleicht kommt es ja noch irgendwann raus ich weiß es nicht ich hoffe mal so, Wasser wirkt sich hier hinter 600 Metern ich meine, haben wir da jetzt ein Tor? können wir da jetzt irgendwo hin? ist das Game jetzt vorbei? I don't know ich habe Angst, dass ich gepressen werde warum? DFB denn hier wird was? ah 300 Meter Ich glaube, die müssen wir jetzt hier zu Fuß legen, oder? Hallo Blümchen, mach mich warm. Hallo, mach mich warm. Ich muss immer noch was essen. Okay, kommen wir zurück. Wow. Oh Jesus. Doppelter Jesus. Mama, dich weg, dich an und dich aus. Ich brauch ein Fischchen. Hallo Fischchen. Ich brauch noch ein Fischchen. Hallo, Pinguin. Hier, kleiner Wichser. Hab ich. Die Fischchen sind eigentlich ganz cool, aber sie sind böse. Ja, ganz genau. Ich meine, danach haben wir Schlons und alles. Also, das ist hier nur ganz kurz. Soll ich das mal hier unten einpacken? Wenn man es hier oben gibt, ist das nur eine Hölle oder kommen wir auch weiter? Ne, es scheint, dass wir auch weiter gehen können. Aber je nach dem Schluss eine Thermalie. Malien. Hier ist Schluss. Hab ich eine Taschenlampe dabei? Nö. Toll. Okay. Wir nehmen kein Leben mehr. Unser Schneefruch ist irgendwo. Und wir müssen irgendwas finden. Gute Voraussetzungen. Ja, meine ich auch. Ja, meine ich auch. Und wir müssen irgendwas finden. Gute Voraussetzungen. Ja, meine ich auch. Ich weiß nicht, was das ist, Robin. Ah. Hier muss alles gezeigt werden. Oh, Robin. Ich finde das hier mit diesen Thermalien oder wie die Dinger heißen, so cool, ne? die ganzen Flora und Fauna haben sich super geil ausgedacht. Und wenn man an die Multiversums-Theorie glaubt, kann man davon ausgehen, dass es genau so etwas gibt. Weißt du? Ganz vorsichtig gefragt jetzt. Nicht, dass es nämlich alles als einen Irren abstempelt. So. Die magische Was... Nicht die magische Was... sondern eigentlich die magische Scheiße hier. Kaffee! Hey! Was hat mir an mich gedacht? Alter, ich hab's kaputt gemacht. Okay. Die Konsole. Das ist cool aus, Alan. Du hast es, du hast es repariert. Guter Mann. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where Architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. Or angry. If they leave a tomb. Or... you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side, when you are ready to leave. Oh, Ryan. The thing is, I will do that a bit more. But I will know what is behind me. I mean, Alan. I'm currently on my body. I miss you. Hello? Alan. Let's talk to me. Scheiße, er ist nicht mehr in meinem Kopf drin, was tue ich jetzt? Arlen, ich habe nur noch Raum für dich. Hallo? Bro? Wow, das sieht wunderschön hier aus. Wo sind wir? Hier ist kein Schnee, kein Eis. Äh, hier ist Schnee und Eis, kein Wasser. Ich brauche Wasser zum Überleben. Arlen, was ist hier los? Robin, du bist nur in Zeit. Die Phase-Gate ist öffnet. Du hast eine Phase-Gate hier den ganzen Tag. Nur für den letzten Millenium. Es wird uns nach Hause führen. No wonder you hid yourself from Altera. Es war imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Ja. 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 Ich bin in eine Stadt, wo man auch immer so was gebaut hat und dann willst du was anderes gebaut haben. Das ist ein riesiges Loch da unten. Sei vorsichtig, ich bin ganz vorsichtig jetzt. Okay, Alan, fix das! Oh mein Gott, das ist ganz einfach! Dankeschön! Nein! Nein! Hey! Alan, warum hast du meine Arme wieder abgenommen? Ich nehme meine neue Arme! Ich nehme meine Arme zusammen. Oh, wow! Ähm, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Kann ich hier runter? Mensch, der Nase, jetzt ist mal gut. Was haben wir hier? Nee, ich kann hier auf jeden Fall nicht runter. Ich will da rein. Erle, bitte sein, freut dich zu mir, okay? Dankeschön. Ich entschuldige, der Levitator wurde für schwerer Körper gelegt. Ich hätte dir zu dir geholfen, aber wie du siehst, ich habe ihn voll integriert mit dem Schiff. Ist das permanent? Nichts ist permanent. Sind Sie bereit, um zu gehen? Ja, du kannst das sagen. Bereit, um das Vergangenheit zu lassen. Gut. Bitte, 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 und dann werden wir nachdenken. Festhalten, Mensch, ich bin Profi. Na gut. Montage in 3, 2, 1. Ah, das ist ein Papal-Maker. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ein Papal-Maker. Ich bin Profi! Oh, mein Gott. Das ist ein Papal-Maker. Ich bin der Papal-Maker. Oh, wow. Okay. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls living. Oh, wow. Oh, wow. Yo-ho! Let's go. They'll be here. And if they survived. With you, I am ready to face whatever awaits. Oh, wow. Oh, wow. Die Erbauerstadt, Leute. Da war sie. Die Erbauerstadt. Geil, ey. Auf ins Unbekannte. Ah. Und das, Leute. Subnautica Below Zero. Ich glaube, wir können jetzt noch zurückgehen und ein bisschen bauen. Ich glaube, wir können jetzt noch zurückgehen und ein bisschen bauen. Mit euch zusammen machen. Ein letztes Mal. Die Erbauerstadt ist eine Stusd 오� obesity-unintellовых untertitelung. Und ich glaube, damit lasse ich das Video hier stehen, den Livestream, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Es war so geil. Und ich bin gespannt, mit welchem Spiel ich als nächstes starte. Aber ich versuche, jeden Morgen ein Livestream zu bringen. Und das Spiel werde ich... Lasst euch überraschen. Ich weiß es halt selber noch nicht, deswegen... Ich lasse mich auch überraschen. Leute, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Bis dahin sage ich ganz einfach, bleibt cool, like a Robin. Und lasst Erwin mich in euer Kopf. Bis dahin, Leute. Habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und... Ciao, ciao.